... Musik ... Was ist das für Scheiße? Aber gestern haben sie aber noch einen Grund gehabt und was soll der Scheiß heute? Jetzt ist es richtig, da frag ich mich auch. Ja, was ist das denn, ihr schützt die Sturmgewehr? Was ist denn das? Scheiß an, Alter. Für irgendein selber schleckten Maschinen, ihr werdet doch eure eigenen Leute zu nehmen. Was ist denn los, Alter? Aber was soll denn das für das Schiengewehr? Oder soll das schießen oder was? Was soll denn das Scheiß? Das ist doch ein Knarrenwerk, Alter. Sorry, das ist doch ein Knarrenwerk. Was soll denn das für die Knarrenwerk, Alter? Ja, aber was soll denn das für die Knarrenwerk, Alter? Und dann schießt man doch von euch auf uns, Alter. Nein, 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 nein. Halt, 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 H ... ... ... ... ... was 2, 1, 2 und 3! 10 Hotschemen! 10 Hotschemen! 10 Hotschemen! 10 Hotschemen! 10 Hotschemen! Wir machen jetzt hier ganz so viele Schuhe an! Wir sind frohlich! Ihr habt bereit geschaut! Nehmt die Masse runter, fliegt euch zurück, das ist unser Füttel. Wir sind ganz schön schön, wir verbreiten Liebe und Fass, gegen Repression und Fülle feigeweist. Fass, gegen Repression und Fass, gegen Repression und Fass. Fass, gegen Repression und Fass, gegen Repression und Fass. 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 Das war's für heute.